hey yo was geht youtuber herzlich willkommen hier zu meinem letzten video auf meinen kanal dieses jahr da heute letzte tag 2020 ist und morgen somit 2021 beginnt hoffe ich natürlich dass 2020 jetzt auch nicht so ein krass schlimmes jahr war wir haben trotzdem alle zusammen recht viel durchgestanden zwecks korona mäßig natürlich hoffen wir dass nächstes jahr das korona mäßig entspannter wird dass wir irgendwann mal diese drecks masken wieder abnehmen können weil die nach einer zeit stören die halt doch echt leider wissen wir auch nicht wie lange wir dieses spiel noch mitspielen müssen zwecks der maskenpflicht oder allgemein mit krone aber ich will jetzt auch nicht weiter auf dieses thema eingeben wir wissen alles thema ist einfach scheiße und hoffentlich ist es auch bald mal vorbei aber jetzt kommen wir eigentlich zu dem thema und zwar wollte ich erstmal noch danke an meine community sagen dass sie mich trotzdem weiterhin so unterstützt obwohl ich echt in aktiv bin aber wo ihr mit rechnen könnt ist auf jeden fall nächstes jahr werde ich mit twitch durchziehen wird nebenbei auch noch meinen youtube kanal mit weiterführen natürlich habt ihr es vielleicht auch schon gesehen mit meiner freundin würde ich diesen youtube kanal führen weil wir beide auf twitch durchziehen und die live streams die danach auf twitch gespeichert wurden werden wir als highlights auf diesen kanal dann wieder uploaden somit komme ich auch schon zum schluss dieses videos ich bedanke mich auf jeden fall noch mal ganz herzlich an euch allen dann wünsche ich euch natürlich auch einen guten rutsch ins neue jahr und dann würde ich nur noch sagen haut rein bis zum nächsten mal und ciao Untertitelung des ZDF, 2020